Krass. So, kann es mal wieder ein bisschen heller werden? Ich frage mich, ob die Seemunde weniger Strom verbraucht, wenn man Licht aus hat. Würde eigentlich ja Sinn machen, ne? So, jetzt gleich sind wir vorbei. Da ist das... das Riesenschiff, womit wir abgestürzt sind damals. Damals, schon ewig her. Fühlt sich an wie Jahre. So. Gut, dann können wir ja jetzt quasi so die Richtung, Richtung Osten zum Beispiel, da waren wir noch gar nicht oder so. Mal gucken. Das ist Richtung, ja, so zwischen Osten und Südosten. Das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Wenn es dann mal hell werden würde. In der Hoffnung auf Fragmente. Jetzt wäre es sonst generell super für die Seemotte. Aber irgendwie... Oh, es wird hell. Glaube ich zumindest. Oder? Ja, die Sonne geht auf. Juhu. So, ab Richtung Osten. Jetzt will ich es wissen. Willi will es wissen. Kommt hier überhaupt irgendwas oder ist hier einfach nur schwarz? Hier ist alles dunkel. Und hier kommt gar nichts. Müssen noch nicht. Vielleicht spawnt das gleich irgendwann. Alter, wie tief ist denn das hier? Kommt hier überhaupt irgendwas? Okay, hier ist anscheinend gar nichts. Okay. Es muss doch irgendwann mal was kommen, oder? Oh nein, hier ist Ende der Karte. Kann das sein? Ist das hier wieder Ende der Karte? Was hier so blau wird? Erstmal rückwärts. Aua. Aua, geh weg. Du eckiger Wurm. Hau ab. Geh weg, lass mich. Wo bin ich denn jetzt hier? Muss mich kurz orientieren. Aua. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind fast kaputt. Ich will nur noch zurück. Ich hoffe, der lässt uns Ruhe. Ist der weg? Nein, der ist noch da. Geh weg, Mann. Der soll weggehen. Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, das war Ende der Karte. Ich glaube, das war echt Ende der Karte. Alter. Puh, so gerade eben noch entkommen. Ja, hallo, tach. War ja wohl keine gute Idee. Also, wenn es blau, richtig hell, knallig blau wird, oder was das war, oder lila wird, dann sollte man da verschwinden. Dann kommt da nichts mehr. Ist das hier auch so? Hier wird es auch schon wieder anders farbig. Ja, ich glaube, hier ist, glaube ich, auch Ende der Karte, ne? Es könnte förmlich so sein, aber dann ist sie ja gar nicht so groß, ne, oder? Gibt es denn überhaupt eine Map? Ne. Eine Map gibt es gar nicht. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, hier noch was anderes zu finden, oder? Oh, der kommt schon wieder. Ich habe es gewusst. Wir müssen wieder ins braune Gewässer. Das klingt auch falsch, wenn ich das so sage. Aber gut. Nichtsdestotrotz müssen wir hier leider hier lang. Ich hoffe, der ist weg. Ich weiß halt nicht, ob das halt... Der Prozedural kann ich mir nicht vorstellen, weil... Also, ob das Prozedural generiert ist. Aber ich glaube, es ist immer dasselbe, ne, oder? Da ist das Schiff noch. Ich mit meinem Bötchen... Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Tuff, tuff, tuff. Über Stock und Stein. Jeder kriegt einen rein. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. So. Wir fahren mit meinem kleinen Mötchen. So, schauen wir mal. Wo geht es denn hin? Irgendwohin, wo es kackbraun ist. Gibt es hier unten gar nichts? Boah, das Spiel denkt sich so... Nö, ich spawne jetzt einfach mal nichts an... an Welt. Du brauchst nichts sammeln. Das ist... Nein. Willst du? Nein. Brauchst du nicht. Brauchst gar nicht probieren. Da ist irgendwas, oder? Weil hier kommt jetzt wieder was. Ah, hallo. Und genau richtig. Was ist das denn da? Hier sind auf jeden Fall Wrackteile. Das trifft sich ja super. Dass hier verstreut Wrackteile liegen. Ja. Nein, Scanner. Ja, schön. Wollte aber eigentlich scannen. Wenn es hier was zu scannen gibt. Hier oben war auf jeden Fall noch irgendwie so eine Tüte am liegen. Oder so eine Tasche. Die am Leuchten war. Metallschrott will ich gar nicht. Wo war denn das? Wo habe ich das denn gesehen? Da oben. Oh, bei dem Vieh. Oh nein. Geh weg. Oh. Erst Hilfe-Set. Wie praktisch, wenn da gerade ein... Natürlich. Hau ab, Mann. Meuchel dich ab. Ich meuchel dich nieder, Bruder. Ich meuchel dich nieder. Ja, hau bloß ab, Mann. Ja. Ja, Thomas. Und ich sollte jetzt ganz schnell zu meiner Seemotte. Sonst schaffe ich es nicht. Hau bloß ab, Mann. Habe ich dir gesagt. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Nix Oxygen. Oxygen. So. Ist denn hier sonst noch was irgendwie frackmäßiges? Huch, was ist das denn da so? Hier liegen überall frack. Maximum Dept. Oh ja. Oh. Ja, 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 ja. Aber fliegt ja hier noch was rum. Natürlich. Vielleicht liegt hier noch was rum. Das sind alles Timing, die wir, glaube ich, nicht gebrauchen können. Sagte er. 40 Folgen später. Guck mal hier. Genau so wird es sein. So, ich weiß es gar nicht. Ach, jetzt wollte ich schon wieder M drücken für Map. Aber wir haben ja keine Map. Ich bin so, ich bin so richtiger Dulli. Müssten mal jetzt wissen, wo wir, das ist aber ein anderer hier, ne? Oha. Okay. Hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Da ist, oh, da ist noch eine Kapsel. Die kennen wir noch nicht, glaube ich. Die kennen wir noch gar nicht. Ernsthaft? Ein Spielzeugauto. Natürlich. Wie soll es so anders sein? Was ist das denn hier? Was, Sir, ist das denn? Eine Kappe. Ich hab... Ich hab... Ich... Ich will es gar nicht wissen. Was? Was? Warum? Wieso ich... Blei. Ja, nimm mal mit. Blei ist ja auch sehr selten. Was ist das hier? Ich hab gesagt, ich mein Spielzeugauto. Und... Was ist das denn? Spielzeugauto. Und weißt du, das sind so Dinge, die ich auch unbedingt brauchst. Hä? Hier steht doch Scannen. Er macht das aber nicht. Hä? Zyklopen-Maschinen-Fragment. Er skippt das aber nicht. Warum skippt er nicht? Ach, keine Energie. Oh, lol. Oh, Freunde. Ich muss mal eben... Wie wechsle ich das denn aus? Wie wechsle ich denn hier nochmal alles aus? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Batterie in... Wie wechsle ich denn hier nochmal die Batterie aus? Ah, eher für Nachladen. Ich bin so doof. Äh. Das haben wir schon. Toll. Hat sich überhaupt nie gelohnt. Scannen-Raum-Fragment brauchen wir nicht. Ernsthaft? Ich hab ganz vergessen, dass man eher dafür auch Energie braucht. Gut, dass ich eine Batterie mitgenommen habe. Da war ich ja schlau, ne? Ja, auch manchmal... Ja, auch manchmal, wenn man es mir nicht zutraut. Manchmal hab ich doch so meine lichten Momente. Das ist... Ja, das... Traut man mir manchmal... Aua, Alter. Ja, ist doch gut. Manchmal traut mir man das nicht zu. Ich weiß, ja. Weiß. Viele sehen mich wahrscheinlich eher so. Äh, äh... Was hat der denn gesagt? Mann, wo bin ich hin? Hey. Nicht lustig machen wir Behinderte, ja? Also. So was macht man nicht. So. Das ist nicht zum Scannen. Aber wir gucken einfach mal hier weiter. Oh, die sind ja toll. Die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gescannt oder gesucht. Da sind noch ganz viele... Alter. Oha. Hier wird's jetzt, glaube ich, interessant für uns. Hier wird's, glaube ich, jetzt gerade mega interessant. Deswegen sollten wir mal... Ja. Hier sollten wir auf jeden Fall mal suchen. Ob wir hier was finden. Hier werden wir bestimmt fündig. Ach, da ist wieder der Warper, ne? Oh, ich will unbedingt nach unten. Was hier? Haben wir schon? Krebs? Oh, Armfragment haben wir noch nicht, glaube ich. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Oh, was ist das denn? Wärmefragment, das haben wir doch schon, ne? Ja, natürlich. Äh. Wie ist das mal weg hier? So. Und das ist natürlich tiefer wie, äh... ...wie 200 Meter. Ist natürlich supi. Ja, 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 ja. Können wir natürlich auch nicht mit der Seemotte runter. Aber Quarz nehm ich mit. Wenn wir schon einmal hier sind. Ich will's trotzdem einmal riskieren. Da ist aber, glaube ich, jetzt so nichts Interessantes hier vielleicht. Ne Bank. Ganz toll. Ne Bank-Scan. Wow. Wieso mache ich das eigentlich? Wir haben ein Fragment. Wir haben ein Fragment. Oh, Alter. Hau ab, Mann. Ist unsere Seemotte da? Ja, das schaffen wir. Okay. Oder war er, dass der uns angequatscht hat? Beim letzten Mal. Ja, hallo. 30 Sekunden zu Marsch. Ja, das wäre interessant, da drin mal das Ding mal zu untersuchen. Das Ding mal zu untersuchen. Das wäre, glaube ich, mal mega interessant. So, repariert haben wir. Oh, wir sollten auf jeden Fall hier verschwinden. Ja, ja. Ja, ja. Also, habe ich das richtig verstanden? Sind wir auf einem Planeten gelandet, der sehr vulkanisch ist, ja? Der R aus Vulkanen besteht. Ja, Fragment. Ja, Fragment. Fragment. Weil, das ist ja nicht so. Es verlassen mich die Worte oder was? Fragmente. La, 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 la. Minus Wasser, aber Nahrung plus 8. Kann man einfach so essen? Machen wir doch einfach mal. Also, Fische kann man auch mal so essen. Okay, einfach so snacken. Das ist auch über 200 Meter. Deswegen bleiben wir mal hier, so, die Etage. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier noch ein bisschen was. Diamonds are forever. Diamanten wären auch ganz cool. So, hier sieht wieder interessant aus. Weiß noch nicht, ob wir hier schon waren. Keine Ahnung. Natürlich wieder alles sehr duster jetzt, weil wir natürlich Ja, ich weiß. I know. Können wir nicht scannen? Was ist er denn für einer? Reinhard? Ach ne, Reinhardt, Reginalt, Reginalt, Regina. Die Regina, hier waren wir schon. Das war, da waren wir schon gewesen. Okay, alles klar. Ich hab die Regina gesammelt. Gibt's hier noch mehr zu sammeln? Was mit ihm hier? Spatenfisch. Okay. Kann ich damit was ausgraben? Ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, wir bleiben mal Richtung Nord. Kann ich jetzt einfach essen? Tatsächlich. 16 Nahrung minus 10. Minus 10 Wasser. Runder Probenbälter. Wir kriegen zwar Nahrung, aber wir haben nichts zu trinken. Ja, wir müssen mal was zu trinken finden. Das wäre eher ein bisschen besser. Mega interessantes Game, finde ich. Mega. Oh, ja. Holy shit. Will gar nicht wissen, was ganz unten noch alles ist. Kann ich das abbauen hier? Neue Kreature discovert. Wirbelfisch. Das Problem ist... Was war das denn? Was ist das für ein Geräusch? Das Problem ist, bis wir zu Hause sind, sind die Fische alle verdorben. Ich habe manchmal echt das Gefühl, hinter mir ist jemand. Also vom... Von den Dings her. Von den Kreat... Aua. Von den Kreaturen her. Kann ich das scannen? Ja, natürlich kann ich das scannen. Was ist denn das Schönes? Einen Scanraum-Fragment brauchen wir nicht. So, hier liegt ein Teil. Mal hier die Klippe hinabstürzen. Uah. So. Wir sind schon wieder fast unter 200. Deswegen sollten wir hier bleiben. Ist hier wieder der Große unterwegs? Hier liegen überall Schrott Sachen rum, aber nicht... Aber keine... Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe nichts gesagt, oder? Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe doch irgendwas... Nein, ich habe doch nichts erwähnt. Habe ich irgendwas gefragt oder gesagt? Nein, habe ich nicht, ne? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ah, ich habe nichts gesagt, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich glaube, ich habe mich vertan. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Gibt es hier vielleicht noch ein bisschen Stuff? Ah, da war zwar eine Kiste, aber da lag nicht... Oh, uh, hallo. Na hallo, wer bist du denn? Spatenfisch hat sie einfach gedreht. Nehmen wir den doch mit. Daten-Downloads. Integrating new PDA-Data. Aber ansonsten ist hier auch nichts. So. Warte, wie weitläufig das hier alles ist noch. Holy shit. Uff. Sail away. Dream your dream. La la la. Äh. Ich habe... Ich habe mich völlig ver-ver-franst. Ich meine, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich würde auch echt gerne eine Höhle mal erkunden, ne? Aber ich habe einfach Angst, dass ich mich da... Dass ich mich da, äh, verschwimme. Sagt man versch... Ne, verirrt. In der Höhle sich verirrt, nicht verschwimmen. Was ist das für ein Deutsch? Hab mich in der... Maximum Depth Rang. Ich habe mich in der Höhle verschwommen. Aha. Do you know? Ich habe mich in der Höhle verschwommen. Aha. Ja. So, ist hier nicht irgendwie vielleicht noch irgendwo was drin versteckt? Was man vielleicht gut gebrauchen kann? Ah, ist mir schon auch mega interessant, da noch zu gucken, da unten. Aber es ist alles zu tief. Zumindest für unsere Verhältnisse. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so aufploppt. Zwischendurch die Sachen. Ganz. Ja. Okay. Okay.